Hallo, willkommen zu unserer zweiten Aufgabe, die wir leider nicht lösen konnten. Wir haben viele Leute hier im Park angesprochen, vor allem ältere Herrschaften, die auch im Deutsch sprechen können und es auch uns gezeigt haben. Nur die, die jetzt zur Zeit entweder am Schach spielen oder spielen wir Gämmen oder andere schöne Brettspielchen. Deswegen waren die leider nicht auskunftsvollständig. Wir haben trotzdem einen gefunden, der uns auskunftsgeben wollte. Aber als Sicherheitspersonal nicht gab, sein einziger Kommentar war es, dass Sozialismus und Kommunismusfühlen das gleiche Gewege sei. Leider habe ich die Aufgabe nicht gelöst. Wir alle nicht.